Es wäre egal, wenn wir jetzt Behutsamkeit hätten, ne? Aber egal. Ach, das schmerzt. Unser ganzes... Äh... Ob es wie die Anhand hin? Keine Ahnung. Warten 64. Ja, ein Teil ist hier und der andere Teil ist... noch zu Hause. Ah, okay. Wollen wir schon direkt hier? Ist hier noch Pfeile drin? Ist hier noch Platz? Ist hier noch Platz? Nee. Ach, da ist eigentlich kein Hauptbohler. Oh. Die Oberklappe kann ich halt nicht aufbauen. Kann ich nicht aufbauen. Kann ich nicht aufbauen. gut hier funktioniert alles auch die habe ich ja noch was sich so sieht jemand ich glaube ich habe schon reingekommen dein Chatpack ist voll okay kann ich es ich habe es nicht okay ich habe dich verarscht st so Prozent gut wir haben 2 6 Gold wir haben noch zu Hause ist glaube ich fast 2 6 das kommt das kann ich noch ein Tun Loll bei mir lebt es gerade wer hat kein Strom mehr ja kann ich schon sein das hat ja kein Strom mehr hast du noch Kohle ah so deswegen dann in den Generator damit Ich hab keine Trace jetzt am Arsch da. Ich weiß was nicht. Obwohl, jetzt geht nicht so. Äh, gut. Jetzt noch. Ich tu jetzt mal das ganze Holz und das so rein hier. Fresse, du hast genug Strom. Was? Den MFE, meinst du? Ja. Warte, ich... So, ich hab jetzt mal schnell den MFE abgeschlossen. Okay. Das soll dann nichts ausmachen. Gut. Die Solarpanel habe ich jetzt keinen Strom mehr. Ja, ist so. Nacht. Gut, äh, ich denke wir hören jetzt mal auf, oder? Ja. Kannst du mal schauen, was ich so gemacht habe. Okay, das sieht jetzt nice aus. Gut, dann hab ich's nicht verkackt. Wie sagst du jetzt den MFE? Aha. Hä? Hä? Ja, doch stimmt. Stimmt vom Generator. Ja, er hat noch... Aha, ja, bestimmt. Ich seh's. Ja, ich seh's. Was du meinst. So, hier kommen die Butterbuckets rein. Und die. Wie hoch soll, äh, mit was eigentlich die Decke machen? Auch mit Holz? Ich denke. Wirklich? Mhm. Wie hoch? Wirst du mir mal helfen? Nee, ich will jetzt eigentlich fertig machen. Ja, aber ich will noch kurz die denn da entziehen irgendwie. Gib mir, gib mir ein bisschen Holz. Okay. Ich hab gesagt, ein bisschen. Wie viel hast du jetzt? Ein Stack. Ein Stack? Ich hab dir drei rausgeworfen. Vielleicht hab ich's da jetzt wieder aufgehauen. Ne. Ne. Also, hier dachte ich, das... Wie willst wir das Holz dran bauen? So? Ja, komm. Ich hätte ne Idee. Ja, jetzt mal. Hm. Wie wär's wenn wir den... den ganzen, äh... den ganzen Keller so längsförmig machen wo wollen wir die Decken setzen auf dieser Höhe schon viel höher so man kommt gar nicht anders hin als mit dem Jetpack ja ja das ist gut oh lol also vorne kommt noch eine Glasfront dachte ich nicht alles aber viel so nicht alles nicht alles aber Klaasfronten sind geil ich habe mir 1 2 3 4 was machst du alter Jakob na komm nie schon ein gewisser Teil hier kannst du ja von hier runter sicher nein Sven aber nicht nur ein kleines Fenster wirklich hier hat man einen schönen Ausblick so 3 hoch das genügt 3 hoch genügt ok aber noch ein bisschen länger warte 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 mach das Glas hier noch nicht rein weil ich will zuerst noch etwas machen ich finde bis hier schau mal schau mal warte komm in die schlucht ich finde bis dort siehst du sie was ist das gut bis hier wieso so soll ich machen das hier ach du hast es hier einfach dem rand nach gezogen ne ja ich habe es einfach mal weil wir jetzt nicht ein bisschen synchron machen wie ich finde es nicht das finde ich jetzt cool bei einer Schlucht so finde ich das jetzt gut zum Verlauf ok so das ist gut ne so eine Glasfront die Glasfront hier ja ja hier 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 what nein hm was das Glasfront wird wahrscheinlich noch größer ja ok sind wir dann wenn sie größer wird ist es nicht so schlimm wenn sie kleine wird dann ist nicht mehr so gut aber hinten machen wir hier machen wir auch noch glas rein oder ja ja kommt dann noch das ist alles hier wegziehen ich hatte mal ein bisschen Jakob ja ich muss so und so aussehen in der Decke Kripo soll ich kommen geht schon Ich habe einen Skelett. Ich habe einen Typen. Okay. Okay. Ich habe einen Typen. so ich finde wir machen dann unsere Lampen so solche Lampen oder solche Schlampen ich meine solche ganz mal nachschauen das heißt Lampen Inverted Lamps oder jetzt mal nachschauen ich weiß nicht ob das so funktioniert mit dem Glas wieso ein bisschen kleine kann es schon machen wie ist es auch mit dem Holz ich denke wir müssen hier schon fertig machen wirklich ja nein ich will die Mauer zu in Zukunft das hier die Klaas das Klaas um den Ecken das weißt du so hier vielleicht dann haben wir das dann haben wir das Klaas so um den Ecken so finde ich ah ja ok so ja ok wo willst du es hier fertig machen ich mach nur die Klaas um den Ecken mach nur fertig wie du willst hier auf der Seite hallo hallo ist bis jetzt jedes mal sagen hallo für warte mal Jakob, sorry, aber das muss jetzt sein nein, das wäre jetzt voller Glas sag mal Jakob, wie hast du es hier eigentlich auf der Seite vorgestellt keine Ahnung ich weiß es selber ich weiß es selber nicht ich will es am klügsten wäre ach hier geht es raus ja das ist es eben ich glaube dann weiß ich wie wir es machen einfach mal aufbauen so ich habe noch einen halben Steck wir können hat die Kiste dann mit dem außen noch verkleiden hier ist auf jeden Fall vollziehen wo wollen wir die Wand reinziehen das sieht schon heißen Ohr weißt du was ich noch mache in der Schlucht soll ich am Boden noch Fackeln setzen in der Schlucht keine Ahnung Nein nicht dein Ernst hat dein Ding keinen Spitz mehr? ich dachte so gerade wenn jetzt mein Jetpack leer geht ich wollte es gerade so sagen und genau dann war es leer und du bist nicht gestorben nee ich bin ins Wasser gefallen Glück gehabt ja ich weiß ich habe mich so überlegt ob ich das Wasser noch weg machen sollte vorher zum Glück habe ich es nicht getan kann man wohl sagen ja das kann man sagen also ich werfe noch die 46 Kohle in den ja Korb ich will das eigentlich mit dem Glas ein bisschen anders machen ja wie also unten meinst du ja 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 weiß selbst nicht wie ich es machen wollte genau aber ich finde das Glas geil findest du das Glas scheiße wir könnten unten natürlich jetzt was richtig geil ist dann noch reinmachen und so oder willst du willst du das Glas weg das können wir auch machen ist mir eigentlich egal was nur was machen wir es vorerst mal weg ist gut okay ja 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 scheiße warte wir sollten eigentlich wenn es ist so egal wenn wir jetzt behutsamkeit hätten aber egal aber egal ach das schmerzt aber wieso benutze ich denn meinen Alter mehr ein ja tut courtroom CKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCK Das war's für heute. Oh, scheiß. Geh weg. Nein. Oh, das klingt immer so schmerzhaft. Gut, das reicht mal. Weil dann können wir jetzt auch was machen, was ich eigentlich machen wollte noch. Oh, was. Hm. Ich kann es noch weiter raus. So. Wahrscheinlich. Oh, da hier. Nee, warte. So. Hier. Was ist dort? Die Wand? Nee, du wirst es gleich sehen. Okay. So. Und dann. Was machst du hier? Eine Treppe, oder? Oh, oh. Noch nichts. Was ist dann? Wo kommt die Wand jetzt rein eigentlich? Oh. 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 Okay. Do. Bis zum nächsten Mal.